Hallo Leute, wie geht es euch? Louis hier wieder am Start für euch, hoffentlich gut bei euch. Ihr wisst ja, bei mir, dank dem Herrn, alles, alles bestens. Und Leute, heute habe ich einen Duft für euch parat, ja. Es ist ein Dupe, ja, das ist von einer meiner Lieblings-Dupe-Firmen hier in ganz Europa, Ostdeutschland, nennt sich Eclare, okay. Und die stellen ja wirklich immer hochqualitative Düfte her, die ähneln irgendeinem, ja. Und der hier ähnelt wirklich bis zu 92% dem Originalen, und zwar dem Paco Rabanne Olympia, ja. Und ich habe wirklich selten, selten, selten so einen gelungenen Dupe geduftet, denn der hier, ich kenne ja den Original, der Original erhält so bis 7 Stunden, ja, auf der Haut und projiziert auch, aber der projiziert noch mehr, ja. Der hat, also die Anfangsprojektion ist hier wirklich bombastisch, der ist wirklich toll, ist ein kleiner Biest in der Projektion, haltbar bei diesem hier leider nur, was heißt leider, 5 Stunden, das reicht ja aber trotzdem zum Fortgehen, ja. Danach sollte man einen kleinen Refresh machen, aber der, Leute, der projiziert extrem die ersten 2 Stunden. Der ist süß, der ist blumig, okay. Ihr habt hier wirklich, also vor allem von Eclat, habt ihr hochwertige Ingredienzen, das heißt, ihr habt für ein kleines Budget, habt ihr wirklich Düfte, die fast identisch dem Original duften. Holt euch das Originale, ich sage nicht, dass ihr es euch nicht holen sollt, aber wenn ihr Liebhaber von diesem Olympia seid, und das ist hier wirklich ein sehr beliebter Duft, ja, dann schaut, dass ihr auch mal den zuschnappt, weil ich habe schon viele Dupes gerochen vom Olympia, aber der kommt wirklich am nahesten von allen ran. Sehr, sehr toller Duft, auf jeden Fall, okay, und ja, wirklich zu 92% identisch, definitiv. Der ist gourmandig und pudrig ein bisschen, ja, der hat ja auch das salzige Vanille, hat er hier intus, ja, und das macht diesen Duft echt wirklich besonders, wirklich toll, ja. Zusätzlich zum süßen und blumigen ist da auch noch ein bisschen gourmandig und ein bisschen pudrige Vibes mit drin, deswegen, ich mag den sehr. Ja, ihr wisst ja, ich mag bruderische Düfte, und vor allem, Leute, der Deal ist echt hier wirklich kracher, ihr kriegt für 55 Milli, zahlt hier nur 20 Euro, Leute, das ist wirklich fast geschenkt, würde ich sagen, definitiv, okay, und vor allem die Ingredienzen sind ja wirklich hochklassig bei Eklat, die wissen wirklich, wie man Düfte wirklich zu fast 1 zu 1 kopiert, fast, okay. So, Ingredienzen sind hier Mandarine drin, salzige Vanille ist hier mit drin, Ingwer ist drin, Jasmin, Kaschmir-Holz ist hier mit drin, ein bisschen, ja, macht es wirklich noch mal ein bisschen noch zusätzlich, ein bisschen weicher und holziger noch, ja, und Ambra in der Basis, das ist wirklich Ambra, wenn Ambra irgendwo mit dabei ist, ja, so diese warme und 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 angenehme Duft, ja, so warme, ähm, toll. In der Zusammensetzung von, äh, allen Ingredienzen, hier von der Mandarine zur salzigen Vanille, zum Ambra, zum Kaschmir-Holz, okay, Ingwer und Jasmin, super, super, super umgesetzt, toller Duft, testet ihn mal, gebt mir Bescheid, was ihr davon haltet, ich bin auf jeden Fall schon am Ende angekommen und, ähm, würde sagen, äh, auf jeden Fall würde ich euch Gottes Segen noch mitgeben und, äh, eventuell sehen wir uns beim nächsten Video und auf jeden Fall, passt auf euch auf. Ciao, bandi.